Hallo lieber Managed Service Provider oder angehender Managed Service Provider. Mein Name ist Peter Neumeyer, ich bin Channel Sales Director bei ESET für die Region DACH, das heißt verantwortlich für den Partnervertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu diesem Partnervertrieb zählt natürlich auch der für uns immens wichtige Bereich und Wachstumsbereich Managed Service Providing, kurz MSP. Und es freut mich sehr, dass du es bis hierher geschafft hast, die vergangenen zehn Videos anzugucken. Wir haben lange überlegt, in welchem Format wir das Ganze machen wollen, haben uns letztendlich für diese kurzen, kompakten, knackigen Videos entschieden, eben auch zusammen mit Olaf Kaiser. Wozu machen wir das Ganze? Nun, zum einen natürlich, um neuen Managed Service Providern den Einstieg in die Welt des MSP zu vereinfachen, zum anderen aber natürlich auch für bestehende Managed Service Provider, die ihr Portfolio erweitern möchten, beziehungsweise ihre Services mit unseren Produkten, mit unseren Services im Hintergrund ergänzen und erweitern möchten. In den letzten fünf Jahren haben wir für euch ein einzigartiges MSP-Modell entwickelt und ich möchte euch im Folgenden die Vorteile aufzeigen. Wir sind 100% Channel und gerade im MSP-Bereich ist das auch gut so, denn letztendlich seid ihr jetzt ja, die unsere Services mit eigenen Services anreichert und das Ganze dann letztendlich zu den Kunden transportiert. Die enge Zusammenarbeit und Unterstützung unserer Partner war uns schon immer sehr, sehr wichtig. Nicht nur im vertrieblichen Bereich, sondern auch wenn es mal um Technik geht. Daher ist es für uns selbstverständlich, euch einen deutschsprachigen Support, aber auch einen deutschsprachigen Pre-Sales zu bieten. Es gibt bei uns weder Mindestumsatz noch Nutzungsgebühr, denn wir wissen, dass es durchaus und gerade am Anfang eine Weile dauern kann, bis die Servicepakete stehen, die Leistungsscheine erstellt sind und konzeptionell alles so weit aufbereitet ist, dass man eben wirklich anfangen kann, mit dem Thema Managed Service Providing zu starten. Durch unser kumuliertes Abrechnungsmodell über die Endpoints aller eurer Kunden hinweg habt ihr nicht die Möglichkeit euren Umsatz, sondern damit auch eure Marge kontinuierlich zu steigern. Und das in einem Abrechnungsmodell mit monatlich wiederkehrenden Umsätzen. Das in Verbindung mit dem hohen Grad an Automatisierung habt ihr sogar die Möglichkeit, mehr Kunden zu betreuen, als das ohne MSP-Modell der Fall ist. Wir bieten euch unterschiedliche Tools an. Zum einen mit der E-Set Protect, unsere technische Management-Plattform für unsere Lösungen. Diese könnt ihr sowohl On-Premise als auch in der Cloud nutzen. Zum anderen bieten wir noch unser MSP-Administrations-Tool an, unseren MSP-Administrator. Damit könnt ihr die Lizenzverwaltung vornehmen. Auch dieses Tool ist multimandantenfähig und durch die offene und gut dokumentierte Schnittstelle auch einfach in RMM- oder PSA-Tools zu integrieren. Ihr könnt unser weitgefächertes Produktportfolio mittlerweile auch vollumfänglich in eurem MSP-Modell nutzen. Das heißt völlig egal, ob ihr die Basis mit dem Endpoint-Schutz, mit der Mobile- und der File-Security absichern möchtet oder ob ihr sagt, ihr möchtet dieses Managed-Service-Portfolio ausweiten, beispielsweise Multifaktor-Authentifizierung oder Verschlüsselung anbieten, Sandboxing, Office 365-Security eben auch für Office 365-Umgebungen bis hin zu komplexen Endpoint-Detection-and-Response, sogenannten IDEA-Lösungen, steht euch die E-Set-Welt im MSP-Modell komplett offen. Ihr seht also, mit E-Set seid ihr gut aufgestellt, unabhängig davon, ob ihr gerade erst startet und mit einem kleinen Paket im Bereich Endpoint-Security inklusive Monitoring und Inventarisierung loslegt oder ob ihr bereits einen Schritt oder zwei Schritte weiter seid und eben umfangreiche Services anbietet bis hin zu Threat-Hunting oder EDR. Wenn ihr nur neugierig geworden seid, dann schaut doch auf unsere MSP-Seite. Unter www.eset.de.msp erhaltet ihr alle Informationen, die ihr braucht, um als Managed-Service-Provider durchstarten zu können. Falls ihr noch Fragen rund um das MSP-Modell habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne per E-Mail an uns wenden unter partner.eset.de oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer 03641 3114 100. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Erfolg für die nächsten Schritte als Managed-Service-Provider. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Peter Neumeyer Euer Peter Neumeyer